Hallo ihr Lieben, auch vorher gibt es wieder die Blog-Wahl auf fahrrad.de und ja, im Moment sind wir im Zwischenstand auf Platz 4 und das ist natürlich ein bisschen unglücklich, deswegen wollten wir euch bitten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte, bitte stimmt für uns ab. Ich zeige euch jetzt schnell, wie das geht und ja, eventuell könnt ihr ja auch noch euren Papa, euer Kind, was weiß ich, stoßt alle, die Nachbarin, bitte, bitte unbedingt abstimmen, weil zumindest in die Top 3 rein wäre schon super cool. Wer uns schon länger verfolgt, weiß, wir haben sogar schon mal gewonnen und jetzt brauchen wir euch wieder, jetzt zeige ich euch mal schnell, wie es geht und dann bitte, bitte, bitte abstimmen, das wäre mega und auch für euch gibt es dort was zu gewinnen, also es könnte sich auch für euch lohnen. Und zwar geht es hier auf fahrrad.de, den Link packe ich euch unter das Video. Dann habt ihr hier eine Liste der Blogs und ja, ich muss euch natürlich dringend bitten, für uns abzustimmen. Dann geht es hier zum Gewinnspiel und die Datenschutzerklärung muss man noch anhacken, wie so oft, nochmal zum Gewinnspiel und wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr hier die E-Mail-Adresse eintragen, dann könnt ihr bis zu 500 Euro gewinnen. Wenn ihr das nicht wollt, dann klickt ihr einfach nur auf Fertig und dann, vielen Dank, dass du an der Umfrage teilgenommen hast, das war's schon. Es ist wirklich super simpel. Ja, euch kostet es nur einen kleinen Klick und für uns wäre es wirklich ein Mega-Erfolg, wenn wir wieder unter die Top 3 kommen könnten. Deswegen bitte, 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 das wäre so cool. Vielen Dank schon mal für alle, die schon abgestimmt haben oder es jetzt dann auch gleich mal tun werden. Das ist wirklich super, super, super lieb von euch. Vielen Dank.